Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu ARK Survival Evolved Extinction DLC mit unserem Timmy. Wir haben in der letzten Folge diesen, eher diesen Iguanodon oder was immer, wie das Ding jetzt wirklich heißt, diesen Blablub getamt, sind jetzt weiter am farmen, bauen die Base aus und dann schauen wir was wir weitermachen. Ja, dann checkt wir mal ab, wo wir da in der Umgebung hinkommen müssen, aber wir bräuchten noch Reitviecher, also wir haben jetzt ein bisschen Level-Skillen, Farmen, Killen, mal schauen was rauskommt. Timmy hat das alles gehört? Diese Drohne beleuchtet uns die ganze Zeit. Ja, wir haben sie schon angeschossen, aber das passiert ja nichts damit. Ja, ich muss sagen, jetzt erstmal ein bisschen Farmen, Holz oder so. Ja, das wäre cool, das füllt sie in die Schildi eigentlich schon gerade. Kann man diesen Iguanodon-Sattel da nicht schon irgendwann machen jetzt da? Warten die ja. Achso, nein, Ichi, irgendwas können wir machen. Das, dieses Scheiß-In-Game-Ding, da müssen wir es umstellen, ist immer wenn ich in einem Inventar da drin bin, dann hackt's ab irgendwie. Oder einfach mal machen Discord. Das meine ich ja, wir brauchen ein bisschen Discord machen, aber ich hab's jetzt installiert, also machen wir beim nächsten Mal dann, ja? Na passt. Okay. Ja, ich geh dann mal in Richtung mein Baby-Farm. Ja, nochmal Holz- und Stroh-Farm in der Regel, ja. So ein Bärlis können wir mitnehmen. Hey Demi, hörst du mich? Bisschen in der Nähe? Nö. Anscheinend spawnt diese Laterne wieder. Die hab ich letztes umgekaut. Jetzt spawnt anscheinend wieder. Na gut, warum nicht? Dann könnt's mal schauen, was da, das Viech da alles drin ist. So, rühren kann ich mich jetzt nimmer. Das ist ja Katastrophe, Alter. Ja. Zeig dir mal nicht an. Er hasst mich. Stroh. Mal mal kurz schauen. Aaaaah. Scheißklumpert. Unendiges. Da sollen wir da rüberlegen. Das auch. Ja. Passt. Dann kann ich jetzt so auflaufen und ein bisschen Bären einsammeln. Ja. Kommt jeder her. So, Timmy, der ihn nicht weiterbaut. Darum geht's mir nämlich grad. Nichts viel von dem Scheiß-Bastl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs brauchen wir noch. Shieldi. Torsten. Alter. Legat oder was? Ein Torsten Legat. So. So, ich brauch noch Stroh. Und geh mal Stroh farmen. Und das eine bau ich mal auf. Das wär recht praktisch. Das nehmen wir mit. So. Ich drück immer, nicht gewohnt, ich drück immer F zum Absteigen. Ich bin das, aus irgendein, ich weiß nicht, wo ich das ja gewohnt bin, aber aus irgendein anderes Spiel. Geht. Irgendwie raus. Na, oder? Komm her. Unnötiges Strom-Tur. Mal darüber farmen. Farmen für das. Wir brauchen noch fünf, glaub ich. Stroh und Holz wär noch gut für das. Aber Holz hat eh das Viech mit, glaub ich. Verdammter. Verdammter. Ja, holt's einmal mit. Und mal Stroh farmen. Voll. Jetzt hat er gepupst. Jetzt muss ich aufsicht, dass ich mich aufsitze. Jetzt. Ein fünf... Ein drei noch. Holz. Schauen wir mal kurz. Weihnacht geht sich mit den Stroh aus, die Faser soll, so brauche ich noch mehr Holz. Ich sehe da gerade überhaupt nichts. So, weiter gehts. Stalax repariert. Wir sind auf Level, sehr schön. So, weiter gehts. Eins noch. F**k. Lass mich in Ruhe, ich tue da nichts. Holz. Timmy, ich baue die Foundations, gell? Sehr schön. Dann, was nimmt man als Gesundheit? Äh, Gewicht. Gewicht, meine Freunde. In dem Fall recht wichtig. Wäre vielleicht auch nicht mies mal. Von dem halte ich nichts. Gännisbeet vielleicht. Ja, ein Holzkäfig. Ist alles hurscht. Vor allem, weil auf dem Server keiner ist außer mir. Unten. Timmy. Vielleicht ein paar Habara, wenn sie nicht fragen. Das schaut schon mal nicht schlecht aus. So. Gut. Haben wir alles. Oder? Ne, eins fehlt noch von dem Scheiß da. Oh, kann ich sogar schon herstellen. Ach Mist. Jetzt hast du mal da rein, die Schildi. Das legen wir an, aber nicht so. Das legen wir an. Dann krieg ich mehr Rüstung rein. Sehr schön. Äh. Hallo. So. Na, weil Wände auch gar anders ist. Und so Holz mit. Biesel. Darmungszeichen. Oh, ich deklariere. War ja schon lang her, oder? Da drüben, da drüben, da drüben, da drüben. Da rennt. Fuck. Rennt ne Schildi rum. Eventuell können wir die tamen. Mit Steinen. Da drüben. Da drüben wir auch was zum Reifen. Schauen wir mal. Sie steht theoretisch hier auf Passiv, oder? Ja. Das ist jetzt irgendwie... Oh, ich schwelle mir nicht. Ich auch drauf gehen wahrscheinlich. Dann. Boah. Ihr Arschlöcher, ihr Uneiligen. Sowas Grindiges. Wirklich. Du lebst noch? Du lebst noch? Sag einmal. Essen? Sowas Grindiges. Ist das echt? Ich hab nicht meine Schildi da. Schildi geben wir einen schräg zur Seite. Komm her mal. Das darf's ja nicht geben. Wieso wird das alles immer gleich kaputt? Ja, super. Kann schon. Hopps. Schleines Teil. Ja, du arme. Den noch essen mit. Und eine arme Schildi! Ernsthaft? Komm, geh mal. Dehydrier wieder. Da. Hm, ein Kilo. Level 2 ist nicht viel. Ja, ich brauche mir noch so einen Leder-Sack da. Ja, ich brauche mir noch so einen Leder-Sack da. Ja, ich brauche mir noch so einen Leder-Sack da. Komm Schildi. Komm mit. So. Jetzt warten wir mal, bis die da ist. Und dann werden wir weiter schauen. Ähm. Dann hole ich mir noch eine zweite Schildkröte. Ich mag die. Weil es so schön viel aushalten. Wenn man umsitzt, ist es wirklich schön zum... Zum aufpassen drauf, also zum... Dass nichts passiert. So. Das nehmen wir mit. Ich will mal aufwiegeln. Ne. Hm, das ist so anstrengend. Ola. Demi. 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 Wir sollten uns zusammenreden. Ich habe jetzt auch Foundations gemacht. Wie viele? Ja, ich so viel das für den Boden gereicht hätte. Aber jetzt, äh... Ja, dann platziere ich ihn, reiß halt einfach ab, alle. Und benutze das Holz, dass du bekommst. Ja, na, mache ich eh, aber ich sage das. Ja, mache ich eh. Warte mal. Warte mal rein. Warte mal rein. Wir können aufs Dach jetzt hoch. Warte mal rein. Sehr gut. So. Warte mal ein Holzwand. So. Ich kann mich nicht mehr anrufen. Timi? Timi? Ist es nicht da? dann holen wir in dem Part noch was dann suchen wir die komische Schildkröte die wollen wir jetzt haben ich hoffe es geht sich aus mit die Steine wenn nicht fahren wir noch ein paar runter noch ein paar Steine ach verdammt das falsche tut das ist ein komischer Stein so wo ist die Schildkröte da ist sie wenn wir den mal mit der Steinschweide anschießen was bist du ein geschiesener Vogel ist der nichts weg was ist das da ein Gürteltier ne Schnecke na cool ne Schnecke kann ich mit der auch was machen das ist wenn ich auf die draufhau verzieht sich kann ich schon was machen damit wenn ich sie kann ich sie schau doch wie witzig aus der scheiß Dodo da hinten hat man kurz nech nech blöder Dodo ja und dann noch die Schnecke keine Ahnung ob die Füge was brauchbar ist aber ich kann sie mal umbringen die heute war ordentlich aus ähm warum stirbt das Ding dann keine Ahnung will nicht sterben ne ein männlicher den nehmen wir mit noch einmal schießen wir es mal an da haben wir da haben gut gut also die der hat das der 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 dann Wenn's nicht vorher schon einschlappt. Jetzt holen wir's mal da rund um. Da kann man ja... Ja, sie flüchtet. Jetzt ist dieses Scheiß-Ding kaputt vorgegangen. Aaaaah! Hui! Das war knapp. Jetzt sammeln da für die Schildkröte. Da kriegst du ein Essen. Und da was sammeln. Ein paar Beeren. Ein paar Mojo-Beeren da rein kriegen. Die Meijo-Beeren. Dass das was fressen kann. Ah, keine Schild, die nicht kaputt werden. So, das reicht. 16 Mann. Brauche ich Leder. Mal mit dem Tod-Oiler-Chanzen vorher. Steigen wo, gell? Dann... Ist nicht scheiße, dass genau die Steinschleider jetzt in den Arsch gegangen ist. So. Mal schnell skillen. Gewicht. Ah, ein bisschen Leben. Boah, den können wir schon. Türrahmen und Holz... Ach, wäre gut. Den nehmen wir mit. Ha, der Dodo von vorher! Sehr gut. Ich muss die Steinschleider reparieren. Der Ankühler, der würde mich auch interessieren. Das sieht ja cool aus. Aber der ist noch ganz klein. In der Level 2. Mal, das war mal. So, wie geht's dir? Zack. Das brauchen wir da drüben. Das braucht den Rest nicht. Das sollte aber eigentlich nicht schon reichen. 14 Bären. Da haben wir noch welche. Da noch. Das Gute ist, dass da so viel Graus gibt zum... zum Abbauen. Das haben wir auch mit. Eintritt Ceratops. 19. Weiblich? Ne, den wollen wir nicht. Wir wollen nur einen männlichen haben. Der ist nicht so toll, der weiblich. Ne, den brauchen wir nicht. Bist du gestorben oder warum liegst du so da? Ach so. Ne, jetzt nicht gestorben. Ich würde mich interessieren, wo der Timmy hingekommen ist. Jetzt haben wir ihn die ganze Zeit schon nicht mehr gesehen. Wo ist denn der? Strohwand. Ja, der wird irgendwo rumkrebsen da hinten. Bist du da? Enforcer. Der hängt fest. Auch gut. So. Ein paar Bärli. Für die Schildkröte. Ja, der Part dauert schon wieder 24 Minuten. Wenn wir dann unterbrechen, mal den Cut reinmachen. Ist so größer als Farmen und, 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 ähm, Viecher tapen, aber... arg besteht halt aus dem... Schaut echt tot aus, irgendwie. Ach. Schlaft sicher noch. So. So, wo ist der Timmy? Ich hab ne Schildkröte für ihn. Ah, lebt auch noch. So. Ich dehydrier euch wieder. Und hab keinen Trink. Äh... Auf die warten kann ich nicht mehr. Ich geh mal kurz drinken und hol die Schildkröte dann. Keine Ahnung, wo sich über die Schildkröte freut. Aber... Wir könnten zumindest reiten. Da vorne ist die Stego. Ja, cool. In der fürn Level. Also der Timmy ist einer. Ist der Timmy irgendwo? Wo kann er denn rum der Sack? Da ist er. Hey Timmy! Hörst du mich? Hallo? Hörst du mich? Ja. Ja, tu ich. Ich hab ein Geschenk für dich. Ja, warte. Ich bring's dir gleich. Ich muss ein Gefühl, da haben wir einer zu trinken. Ich komm gleich damit. Warte. Ist es in der Base oder was? Nein, es ist hinter der Base. Naja, nur weiß. Ist daneben. Okay, doch nicht. Nein! Nein! Dann ist er. Kann der Fall haben wir. Nein! Wir sind hier. Nein! 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 Ich habe da eine Schildkröte gezähmt, die war fertig und dann sind zwei von diesen komischen Ohrschlächern gekommen und haben sie umgebracht. Jetzt habe ich kein Geschenk für dich. Nein, ich wollte dir eine Schildkröte geben, weil wir einen Sattel haben und das einzige Viech zum Reiten haben. Aber ich bringe eine Schildkröte, wie ich jetzt wieder zurückgehe vom Trinken sind diese zwei komische Viecher dort. Aber beim nächsten Mal ziehe ich da eine. Oder du. Ja, ist okay. Schau mal in die Stegung rein, wie viel Holz da drin ist. Timmy, stell dich noch einmal vor mich. Du hast dein Charakter relativ üppig gebaut, kann das sein? Wie meinst du? Er hat voll fett Möpse. Nein, die sind ja nicht mal ganz groß. Was, die sind ja nicht auf Maximum? Ja, die hätten ja noch größer machen müssen. Da wollte ich nur grad schauen. Wieso brauche ich jetzt am Boden rum da? Schau mal in die Stegung rein. Ich bin nur in die Stegung. Ja, das ist ein bisschen Holz, ja? Okay, Timmy, ich beende den Part, gell? Warte ich? Ich beende den Part jetzt wieder. Okay. Mit einem erfolglosen Taming Versuch von einer Schildkröte. Leider. Warten wir kurz, bleib stehen. So, passt. So, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal und viel Spaß bei was auch immer. Ciao. Ciao.